Jünger des Schlundens, der Entforderung, äh, ich soll dir was schenken? Lehn dir das ab, wird's Krieg geben. Komm, ich benetze euch. Ich hab's zur Zeit genug Geld. Ah, jetzt belagert er mich wieder und ich muss wieder mit der Rekrutierung ne Runde dann warten, weil der hier wieder an meinem Ding dranhängt. Ich bin jetzt eigentlich zu faul. Einheiten angreifen in der Aktion, 15% zusätzliche Verluste verursachen. Ich weiß nicht, ob es jetzt nach 5 Einheiten angriffen, jedes Mal ne Chance, also, jedes Mal ist geschafft. Da ist die doofe Kuh wieder. Da ist die doofe Kuh wieder. Und auch, wenn meine Garnision super ist, wo ich vorhin schon meinte, aber ich greife die Kaid jetzt nicht mehr an wegen der Garnision, ähm, ist die ganz schön mächtig. Herald of the dark prince. Danke fürs Folgen, Hut Buddy. Oder Bulli. Nein, Bulli. Wir haben alle halt die Schwäche jetzt gerochen, nachdem ich meine Armee verloren hatte. Nein. Du hast mal versagt. Du hast nicht mehr Kraft. Du hast nicht mehr Kraft über mich. Herrlich Kraft. Ich würde in der Ruinösischen Siege. Die Sch reimste Städte, die Menschen von Bitcoin zu leben, und in der Leあぁ zu leben, und in der Le Wurde zu leben, um 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 zu leben. Hm, achso, die Gebäude bringen gar nicht mehr Geld. Nur in dem, nur in der anderen Stadt. Wahrscheinlich, weil die Slanisch auch diese Spezialgebäude hatte. Oh ne, ich sehe was falsch. Hab dann, ich hab mal ins falsche Gebäude gedacht. Ist alles richtig. Gibt's da ein paar coole Einheiten. Es gibt unzählige coole Einheiten. Du hast mir zu vielen Leuten Krieg. Sehr schön. Bei deinen neuen, meine ich. Das weiß ich noch nicht. Was ist neu? Die Höllenjagel ist Slanisch und die Brut ist Slanisch. Die Höllenjagel ist Slanisch. Die Höllenjagel ist Slanisch. Die Höllenjagel ist Slanisch. Du bist ein Wester, Great. Wie ist es, dass es nur ein Wester für alle gibt. Ich schaffe es wieder nicht durchs Portal. Also nicht wieder, sondern letztes Mal bin ich hier einfach gegangen, aber... Metz jetzt die alle nieder. Ja, super. Und der haut hier einfach weiter ab. Du bist aber ein wundervolles Trainingsziel für meine Dame. Eine dritte Armee für die Eishecks. Ich muss erstmal eine zweite Armee ausheben. Vernünftig. Das ist ein Wester. Das ist ein Wester. Das ist ein Wester. Ach, jetzt wird das Portal hier eh dicht gemacht, durch das es geht, durch das ich gehen wollte. Ähm. Ähm. Boah, was für ein Stärkeunterschied. Was, ihr würdet basal werden? Und jetzt explodiert das Spiel. Nein. Oh, ihr seid ihr am Ende. Versuchen wir das Glück gegen die Reiter. Zügel-Olan. Wenigstens mal eine Karte mit nur 4 Zugängen. Zügel-Olan. 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 Was ist das? Moment. Tja, nichts Fernkampfmäßiges da. Und die Unterstützungstruppen könnten hier hinten durchkommen. Das ist auch nochmal kacke. Ich sehe nichts mehr. Oh no. Ich sehe nichts mehr. 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 Na komm, ihr schafft den. Da vorne kommt auch schon ein bisschen Unterstützung. Geht zurück. Die Stärken sind aus. Die Aesthetik sind zu verletzend. Wer kann ich mit spielen? Ich bin bereit. Für Honor! Säle für Slaanesh! Sehten Slaaneshs' Errein. Whips! Hellskeletus! Drinking pain! Not bears! Kill! Endless gravy! Ah, die Dippe! Diese doofe Kuh, ey! No! Torture sweet kiss! Destroyed! No! 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 Wir werden doch im Nahkampf eine Kanone besiegen können! Ah! Hilfe! Ecstasy! Moving! Faster! Quicker! Luscious Deviants! Onto Pleasure! For Chaos! Done! Deliver onto Sladesh! Kill! Kill! Spearmen! Marauders! Feuer dog! Guards! Paramore of Sladesh! Marauders of Sladesh! Endless Craver! Marauders! Endless Craver! Marauders! Die macht wieder alle im Alleingang kaputt, ey! Die macht wieder alle im Alleingang kaputt, ey! Und ich kann nichts dagegen tun! Und ich kann nichts dagegen tun! Die schmernd erinnern! Die schmernd erinnern... Die kliegen! Die kliegen! Das ist endelahm! Die kliegen! Das ist endelahmen! Die kliegen! Die kliegen! Die kliegen! Das ist endelahm! Das wird ersternd ausgesundlich! Und ich bin der Krebschroder! Ich bin der Welt! Ich bin der Welt! Es ist nicht so. Die Welt! Die Welt! Es sieht nicht aus, wenn meine Geschütztürme Schaden an mir selbst machen. Hunters! Hellstriders! Slay them! We hunt! Sorcerers! The Prince of Chaos Rises! We flee! The Sith! Yes! Das sind Aoikas von denen. Damit erledigt sie alles, was bei der in der Umgebung steht. Who can I play with? Come to me! Die Frau ist unerschütterlich. Die hat keine Moral. Aber sie stirbt jetzt. Juhu! Allein hat sie wieder 500 Truppen getötet. Alles andere war kein Ding, ey. Nur die... Helden, ey. Die legendäre. Naja, gebalance ist immer schwierig. Aber wenn du keine Einheit hast, die stark genug ist, um ihr überhaupt Schaden zu machen, dann sieht das halt doof aus. Auf ihren dämlichen Bären. Auf ihren dämlichen Bären. Auf ihren dämlichen Bären. Die werden nicht so gut verhoben. Die werden nicht so gut verhoben. Die werden nicht so gut verhoben. hmm na da ist noch Level 1 er Held aber ich habe hier jetzt ein bisschen Kapital wir kommen da rüber geschifft Wolfram von Hustle ach alleine nix drin so wo rennt er hin lass euch nicht gehen irgendwas stimmt bei den Charakterbildern der Kommandanten nicht da waren schwarze Strich ehhhhhhhhh hab ich gar nicht gesehen von welchen Kommandanten von welchen Kommandanten Dämonprinz Aber wir sind keine schwarzen Striche. Hier ist alles ganz normal beim Rekrutieren. Warum denkt ihr eigentlich, dass das eine gute Idee ist, gegen die Jünger des Schlund zu kämpfen, die einfach am Arsch der Welt sind? Das ist total irrelevant. Obwohl die Verleiter des Slums und die Einzelnen geschafft haben, bis jetzt eine Seele zu fangen. Oh, okay. Divine Immortalität. Ich wünsche einen neuen Schlauch. Wer will slake this Herald's thirst? Only absolute supplication will suffice. Who will join my rapturous odyssey? They will never know the safe one. Und dann ist die auch fertig. Ich kann schon mal dahin gehen und versuchen Garnision anzugreifen. Jetzt wird hier gepusht. Und dann ist der Dänischer wieder. Sechs Runden um die verhängende Burg fertig zu bauen. Und dann ist der Dänischer.